Wir sind hier, die österreichischen Staatsmeisterschaften in TopCAD K1 zu segeln. Am schönen Aachensee in Tirol, der wie im Bilderbuch ausschaut. Ab 12 Uhr ist Startbereitschaft und bis dahin müssen wir unsere Boote auf Vordermann bringen, um jederzeit startbereit sein zu können, wenn der Wind aufrischt. Und da beginnt schon die erste Weltfahrt. Musik 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 Wir haben heute Tag 2 bei den österreichischen Meisterschaften, der TopCADs und Tornados. Die segeln in Blau. Und wir sind jetzt da gerade zum Auslaufen bereit, bei mäßigen Winden. Und, aber wenn man da in Richtung Norden schaut, da oben, da ist schon ziemlich eine Welle. Also, bis später. Musik 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 Oh, jetzt geht's. Musik Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Und jetzt Owey. Gott, Schapizo! Ja, 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 ja. Haben wir noch einen? Wir können uns beten. Ja klar. Weil sonst die drei Boren sind immer weg. Ja. Aber Spul, das wollen alle anderen Team mit denen uns sonst nimmer beten. Das ist nicht da. Jetzt hat sich immer mit Wolfen und Butter die Trax. Ach so, ja. So. Guten Morgen. Wir sind heute am dritten Tag der österreichischen Tatsmeisterschaften in Gokkazeggen. Der gestrige Tag war echt super. Wir haben vier Wettfahrten durchgebracht mit einem tollen Wind. Also es war echt super. Und ja, was soll ich sagen. Heute ist Regen angesagt. Und es dauert und blickt die ganze Zeit. Es ist jetzt noch ziemlich bald in der Früh. Und ich weiß nicht, was heute noch geschenkt wird. So. 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 Bis zum nächsten Mal. So. So. So.